Hallo, hier ist wieder Ihre Denise vom Casinoplusbonus.com. Heute bin ich im G-Slot-Casino. Also G-Slot. Man kann es sich gut merken. Also ich verwende das Wortspiel, dass man vielleicht das Casino hier auf den Punkt gebracht hat, um nicht zu sagen auf dem G-Punkt. Und zwar also das G-Slot-Casino, unser neustes Angebot auf unserer Webseite. Und ich habe auch einen Artikel dazu geschrieben, wie immer, wo man sich dann hier nochmal alles anschauen kann. Und zwar gerade hier diese Angebote, die es hier gibt, sind insgesamt zusammengefasst auf 200 Euro und insgesamt 200 Freispiele. Das setzt sich zusammen aus dem ersten Bonus von 100% zu 100 und dann eben den zweiten Bonus mit 50% bis 100. Und es gibt bei der ersten Einzahlung 100 Freispiele dazu und jeweils 50 nochmal zu den weiteren Einzahlungen. So, aber das Besondere ist daran, dass wir schon mal 20 Freispiele ohne Einzahlung jedem bieten können, der sich über unseren speziellen Link anmeldet. Den Link, wie gesagt, gebe ich am Ende der Seite dazu. Und zwar spielen sie die Freispiele auf dem Footbet. Also ich habe richtig gut dabei gewonnen. Und zwar sind das 10,69 Euro. Also es ist doch mal eine vernünftige Summe. Hier habe ich mal diesen Footbet Crazy und wie Sie sehen, spielt man, hier kann man das einrichten. Man hat nur mit einem Satz von 0,8 gespielt und diese Summe ist dabei herausgekommen, weil beim ersten Mal gleich die Slot-eigenen Freispiele gekommen sind. Ist ein toller Slot, lohnt sich auf jeden Fall. Wir können auch hier ein Future kaufen. Nur mit dem Future kaufen, da weiß ich nicht, ob man mit den Bonusbedingungen da kollidiert. Denn gerade bei der ersten Einzahlung sollte man aufpassen, denn da ist nur ein Einsatz von 1 Euro erlaubt. Das ist etwas tricky, weil die weiteren Einzahlungen oder Bonusabspielbedingungen gehen auf 5 Euro. Nur bei der ersten Einzahlung, da muss man aufpassen, nur einen Euro setzen als höchsteinsatz. Und es ist hier richtig viel los. Also die Anbieter, die Besten, der Besten geben sich hier die Ehre. Zumindest ist es total nach meinem Geschmack. Ich fühle mich in dem Casino wohl und kann es nur empfehlen. Und zwar sind die Bonusangebote super, aber auch ohne Bonus kann man natürlich viel mehr nutzen. Und dann gerade, wenn man hier sieht, Playtash. Also Playtash-Spiele sind immer wieder toll. Und man hat hier auch gute Jackpot-Spiele dabei, die man dann aber wiederum mit einem Bonus nicht spielen kann. Also es ist schon so, ich zeige mal hier die Jackpot-Spiele, dass man hier auch immer nochmal den Anbieter hat und dann hier sich weiter durchklickt auf mehr anzeigen. Und wenn ich das jetzt hier eine Weile mache, sieht man schon, wie ausgiebig das bestückt ist von allen möglichen Anbietern, die hier einen Jackpot mit ins Rennen bringen. Und natürlich auch die großen. Also hier ist doch alles dabei, was das Herz begehrt. Und wenn ich jetzt hier auf Slots gehe und dann alle Anbieter, dann würde ich jetzt sagen, es fehlt Microgaming. Wobei, fehlt das wirklich? Bei dem Angebot und vor allen Dingen, dass Playtash in voller Montur dabei ist, dann brauche ich in dem Fall sicher kein Microgaming. Da bin ich voll auf, ganz zufrieden. Und die NetEnt-Fans, NetEnt und Red Tiger hier, das ist doch was, damit kann man doch auf jeden Fall gewinnen. Noch ein Tipp, bezahlen Sie, also wenn Sie hier einzahlen und dann mit Meteller oder Skrill einzahlen und in Deutschland wohnen, dann ist es nur möglich, NetEnt-Spiele zu spielen. Also das wäre die falsche Einzahlungsmethode für deutsche Spieler. Also egal, wie man es betrachtet und einen Bonus gibt es eh nicht mit NetEnt und Skrill-Einzahlungen. Also das unbedingt beachten. Das habe ich aber auch alles nochmal im Artikel geschrieben. Wie gesagt, den Link am Ende des Videos einfach mal reinschaut. So, jetzt zeige ich hier nochmal, also wir hatten das vorhin schon mal kurz angeschnitten, die Promos und die Angebote. Es geht weiter auch mit einem Donnerstag-Bonus von 30 Freispielen, die man einfach so kriegt. 50% Einzahlung immer am Dienstag. Dann gibt es noch die Sofortpreise, die Cash-Bull-Preise mit den Drop-Win-Preisen. Das ist bei den Pragmatic-Plays-Spielen, dass es da nochmal eine Sonderauslosung gibt. Also da ist richtig was los. Es gibt, wie gesagt, das Willkommens-Paket, die Wischen-Klischen-Aktion und jetzt natürlich auch hier die weihnachtlichen und Spezial-Bonus-Angebote, die auf jeden Fall hier gut vertreten sind. So, dann hat man auch Roulette-Spiele und was ich jetzt nicht gesehen habe, was mich aber auch in dem Moment weniger interessiert, wenn ich ein Bonus spiele. Mir fehlen jetzt noch die Tisch-Spiele, aber das kann sein, dass die hier mit dabei sind. Aber ich glaube, ich sehe hier nur Roulette. Aber das werden sie beim Erkunden des Casinos, braucht man eh etwas länger. Also es sind wirklich beste Anbieter dabei und es macht absolut Spaß zu spielen. Auch der Bonus und den es hier gibt, das ist ganz klar formuliert. Und kann man sich hier alles schön angucken, den Kontostand, wie viel man noch abspielen muss, wie viel es bis zum nächsten Level ist. Hier sieht man dann die 10,96 Euro und ich weiß, dass ich die mit 50 mal abspielen muss. Und ich kann mir das dann ganz genau anschauen. Also, es macht absolut Spaß hier zu spielen und an den G-Slot oder an das G-Slot-Casino werde ich mich noch lange erinnern, auch wenn es da um das kleine Wortspiel geht, um nicht zu sagen, eben ein Casino auf den Punkt gebracht. Und es gibt auch ein VIP-Programm, dass man dann nochmal, wenn man die entsprechenden G-Punkte abgearbeitet hat, dann Freispiele gibt und Bargeldpreise. Also das ist doch mal eine schöne Sache. Und es macht, wie gesagt, schon allein durch das vielfältige Angebot, was es hier gibt, macht es absolut Spaß zu spielen. Die kleine Sonderfunktion zu Weihnachten hier, sollten Sie jetzt Lust haben und an den Weihnachtsmann glauben, dann geht's los. Und es sind natürlich wie immer tolle Spiele dabei hier. Jingle Bells von Red Tiger, mag ich absolut, wenn der Weihnachtsmann dann so über den Slot läuft und dann diese Sonderfunktion einschaltet, die einfach willkürlich oder zufällig, nicht willkürlich, zufällig eingeschaltet werden, dann bringt und die Geschenke bringt und die Geldgeschenke dann meistens bringt, finde ich super. Also, es kann losgehen hier im G-Slot Casino. Sie werden sich registrieren müssen, das wird in fast allen Casinos jetzt sein, aber ab 2000 auf jeden Fall. So, jetzt auf geht's zu den Spielautomaten. Die Auswahl hier über Software oder Sie gehen halt hier immer über mehr Anzeigen runter und schauen sich so durch. Schön ist auch hier, dass man dann diesen Anbieter gleich noch dazu geschrieben hat und sich sozusagen hier gut zurechtfindet und durchklicken kann. Also, es lädt schnell, es macht Spaß und es gibt super Angebote. Und ich werde jetzt sehen, ob ich meine 10 Euro entsprechend umsetzen kann, um dann eine Auszahlung zu erreichen. Ich hoffe es mal. Also, ich freue mich auf jeden Fall darauf und ich hoffe, Sie gewinnen genauso gut. Und dieser Fruit-Bet-Slot ist nicht nur crazy, sondern besonders gut. Also, den werden Sie sicher nicht hier zu den Freispielen letztmals spielen. Der wird in Ihrem Gedächtnis bleiben. Eine tolle Fledermaus. Also, bis dahin, viel Glück im Spiel. Bis zum nächsten Mal, Ihre Denise. Bis zum nächsten Mal.